Herzlich Willkommen, ich bin der Martin. Das ist unser Thema heute, funktionelles Training an unserem Medium Kabelzuggeräte von der Freemotion Firma, die Linie Genesis DS. Jetzt haben wir hier sechs Goldstücke, jetzt haben wir schwarzes Gold stehen. Ja, das Besondere an Freemotion ist, dass man hier anders als bei geführten Geräten auch über Seilzüge trainiert. Das heißt, man hat eine ganz andere Belastung, vor allem die lokale Muskulatur wird dadurch beansprucht, unsere Tiefenmuskulatur. Wir trainieren zum Beispiel die diagonalen Ketten im Körper sehr, sehr gut. Das heißt, wir sind nicht so limitiert wie an normalen Geräten, dass wir quasi eine Bewegung nach vorne ausführen, sondern auch so ein bisschen Hilfsmuskulatur und eben die lokalen und globalen Muskelgruppen damit aktivieren. Freemotion eignet sich im Grunde für jedermann. Es ist ein super Einsteigertraining, weil die Ausführungen der Übungen, wenn man sie dann richtig macht, tendenziell ein bisschen einfacher sind als freie Übungen wie zum Beispiel im Freihantelbereich. Aber natürlich ist es auch super für Fortgeschrittene, weil man da eben diese diagonalen Ketten noch ein bisschen mittrainiert und die Übungen im Grunde noch ein bisschen erschweren kann oder erweitern kann. Freemotion eignet sich grundsätzlich für jeden, also für jung, für alt, für trainierte, für fortgeschrittene Sportler. Also selbst Rollstuhlfahrer können dort auch sich dransetzen, davor setzen, indem man halt auch die Sitze da einfach wegklappen kann. Und dafür ist es wirklich für jeden geeignet. Die Schule mit Martin war super. Also ich habe im Voraus noch gesagt, dass was ich mir erhoffe, ist, dass ich an den Geräten selbst diese Vielfalt einfach mal kennenlerne, dass ich nicht nur die zwei, drei Übungen, die pro Gerät vorgegeben sind, so ein bisschen nachmachen kann, sondern ich auch mal ein bisschen individueller trainieren kann. Also ich sage, okay, ich kann in dem Gerät zusätzlich noch die und die und die Übung machen. Genau das habe ich gelernt heute. Ich denke, die anderen auch und bin super motiviert und habe auf jeden Fall Bock, mal mein Training dazu starten. Ja, die Schulung mit Martin war echt super. Ich bin begeistert und habe jetzt ein vollkommen neues Mindset dadurch bekommen und auch viel mehr Input. Und das ist wirklich ganz toll gewesen, was der Martin uns da auch vermittelt hat. Man merkt wirklich, der Mann, der brennt auch für seinen Job und vermittelt das dann auch natürlich dementsprechend und dem hört man auch gerne zu und saugt dementsprechend alles auf. Das ist ein Versprechen, auch das hält der Erwin fest, dass wir uns wiedersehen, weil das ist eine coole Truppe. Die haben es voll drauf und das Wichtigste, sie wollen und sie dürfen. Und das macht den Erfolg aus. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg. Herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus 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 Applaus